Und wir spielen heute eine Runde The Park. Ein neues Spiel von Falcon, soll nicht sonderlich lang, groß oder umfangreich sein, aber intensiv ein Psycho-Horror oder sowas spielen. Ich habe es mir noch überhaupt nicht angeguckt, also alles was wir hier sehen ist total blind. Ich bin gespannt was man hier so erleben wird. Ich habe nur den Trailer gesehen und eigentlich habe ich mir das Spiel nur gekauft, weil es ein bisschen die Verbindung zu The Secret World hat. Wenn man da Zeug kriegt, was das Ding hier eigentlich vorgestellt hat für The Secret World. Außerdem gibt es gerade im Halloween Event in The Secret World einige Anspielungen auf dieses Spiel. Dann dachte ich mir, wenn du den dann schon hast, das kostet auch nicht allzu viel, unter 10 Euro oder so, dann kannst du es doch mal zocken. Und warum dann auch nicht mit euch zusammen? So, erstmal bevor wir nachher total voll zig Hosen geplagt werden. Wir starten ein neues Spiel. Ja, in einem dunklen Raum. Ich bin gespannt. Es lädt. Und jetzt noch die Waschmaschine Wintergrund. Ich weiß nicht, ob jeder hören könnte. Aber es geht los. Ich bin ja immer wieder zurück in Atlantik Island Park. Wo ist Herr Bear? Ich habe nicht gesehen, Herr Bear, Callum. Bleib im Auto. Und geh und informieren. Ja, ich weiß gar nicht, ob das hier der selbe Parkplatz ist, wie der in The Secret World ist. Könnte sogar sein. Wir spielen dann Frau und das ist wohl unser Kind oder so. Boah, Leute. Wenn ich das zu Ende kriege, dann müsste mir mal einen dicken Respekt zollen. Ich hoffe mal, dass ich das jetzt nicht in 10 Minuten ein Stückchen aufnehmen muss, wenn mir sonst schlecht wird. Ich muss mal gucken, ob man irgendwie Untertitel einstellen kann hier. Für euch zumindest. So. Da schon mal nicht. Äh. Audio. Gameplay. Vielleicht. Äh. Audio. Audio. Aber bei Audio soll es zwar nicht sein. Ah doch, da. Zack. Untertitel für die Leute, die ein bisschen Probleme haben mit dem Englischen. So. Also der Park wird bald geschlossen, sagt die Durchsage. Press. Okay. Gucken. Boah. Calum wurde geboren, den Tag dieses Platz öffnete. Das ist sein Lieblingsplatz in der Welt. Okay. Oh, an die Steuerung muss ich mich auch erst gewöhnen. Wie gesagt, so Ego-Sachen überhaupt nicht so meins. Ich werde ein bisschen dizzy. Hey, Lorraine. 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 Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Take a deep breath. Think about the last place you saw your son's teddy bear. Hey, stop. I think your boy just ran into the park. I'll unlock the gates for you. What? Ist der reingelaufen? Wait up there for mommy, Calum. Catch me mommy. Hey, ich gehe jetzt erstmal gucken, ob der wirklich da drin ist oder ob der nicht doch hinten im Auto sitzt, ne? Der kann mir ja viel erzählen, der Typ da. Also rennen kann ich schon mal nicht oder kann ich irgendwie rennen? Ich kann nur so langsam vor mich hinschleichen. Ne. 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 Bequentlygered. Okay, hier, whit- SG-Krex-Sohn. Hamm namely mem doch bestimmt gesagt, der soll nicht in den Park rein und zack ist er weg. Ahh, das alles wegen einem teddybär. So. Dann müssen wir dem jetzt wohl schnell hinterher. Und schnell ist bei diesem Bepflichtungsgeschwindigkeit nicht besonders schnell. So. Nachtordnung wie zwei 올 statewide, Kalum. Grecks personnes auch in der Aerosmith. Eian. Hier lang. Okay, wenn wir irgendwie mit den Typen noch reden. Okay, mit der rechten Maustaste können wir übrigens rufen nach dem. Das ist doch mal ein total tolles Park hier. Alles ist kaputt. Das ist doch mal ein total tolles Park hier. Alles ist kaputt. Die Subtitel funktionieren auch nicht vernünftig. Ich gucke nochmal in den Settings. Wo war das hier drin? Bei Audio war es nun gewesen. Ja, ich habe es doch eben hier. Also Apply muss man natürlich auch drücken. Und weiter zurück in das gruselige Spiel, warum das auch immer hier gerade passiert ist. Oh Gott, das Park. Was ist hier passiert? Und hier. Komm zurück! Press Shift. Ah, wir können doch rennen. Okay, aber warte mal. Bis jetzt geht es noch. Nicht? Ja, mit der Geschwindigkeit garantiert nicht. Was war das? Habt ihr das auch gehört? Boah. So, hier schneller. Wo ist das hier? Ja. Undiges Haus. Jetzt ist doch hier lang gelaufen. Ist der jetzt da rein gelaufen oder nicht? Ja. Wenn das nicht gut ist? Ey, wer geht in so einen komischen Park hier rein? Du siehst es schon Ein Schuh verloren? Witzig Das ist nur die Leuchte Das kriegt man übrigens als Kostüm in der Secret World Komm da rein? Hier hinter? Nein, noch nicht Hallo? Komm hier hin Ah, den Weg weiter lang Wenn der mir nach Hause kommt, der Sohn, ne? Da gibt es aber Popo Klatsche Warte Callum Hier Okay, es gibt verschiedene Attraktionen Wo auch immer er stehe ist Äh, oh my Okay Over here Das kann doch an der anderen Seite, hm Was sollt's doch hier mitfahren? Oh my Don't hide from me, Callum Mit so einer komischen Boah, alles kaputt hier Genau Oh 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 Hansel leaves a trail of white stones behind them as they pass into the woods. When their father leaves them, the children wait a while. Then follow the trail back to their parents' house. Ich kann noch weiter angucken, chat, weil du aus meinem Blickwinkel rausgehst. Angst. Ich kasse das Moment nicht ganz gut. Ah, wo ist der chat? The children are sent to bed without any supper. Hansel tried to sneak out and collect more white stones, but found that the door was locked. Tomorrow I will take them into the woods myself, the wife told the woodcutter. In the morning, their mother gave them a slice of bread and led them deep into the forest once again. Hansel broke his bread into pieces and left a trail of breadcrumbs to lead them safely home. But hungry eyed birds snatched up the breadcrumbs and his trail was destroyed. Na ja, gut. Die Geschichte kommt ja jetzt bald erst richtig in Fahrt hier. Abundant by their parents and unable to find the trail home. The children wandered in the forest for three days. Hmm. The children wandered into a clearing with an exceedingly strange house. Its walls were made of gingerbread and its windows were panes of clear sugar. Hansel, desperately hungry, ran forward and began to nibble on the walls. Nibble, 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 little mouse. Who is nibbling at my house? An old woman emerged from the house, sniffing the air and peering around with cloudy eyes. Oh, you dear children. Who brought you here? Just come in and stay with me. No harm come to you. But Hansel and Gretel stayed back. For the old woman reminded them of their cruel mother. Come children, don't be afraid. I have something for you. The old woman offered them two enormous lollipops. The children took them and began to eat. You see? Nothing to fear here. Come inside. The old woman urged. And the children, still licking their sweets, followed. Hmm. One day, the old woman changed. She stuffed Hansel into a cage. And put Gretel to work, sweeping and cleaning her hut. Your brother will make a good mouthful, the old witch told Gretel. Once he is fattened up, I shall feast upon him. Time passed and poor Hansel refused to eat, fearing the day that the witch would eat him. The witch, for her part, grew impatient. Today, I will cook and eat your brother, Gretel. Climb inside and light the oven. But Gretel pretended not to understand. I do not know how. Where is the opening? Fool, the old witch said. The opening is here. And she moved to show Gretel. Seizing her courage, brave Gretel gave the witch a shove. And the old crone tumbled forward, into the oven. Gretel slid a large iron bolt over the door to the oven. Gretel freed her brother Hansel. And together, they lit a fire beneath the oven. And though she screamed and begged, the children sat by the oven until her screams had stilled. And the witch was cooked. And then, because even children can't survive on sweets, they divided up the body of the old witch and ate her. Ehm, okay. Das hab ich irgendwie nie so richtig in Erinnerung, dass das Märchen so ausgeht. Oh, what? Hallo. Ehm, guck mal. Ja, danke. Okay. Was hat uns diese Fahrt jetzt gebracht? Will ich raus? Lass mich raus. Lass mich raus. Ehm. 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 Wir waren die Kinder in der Geschichte. Nicht Mutter und Sonn, sondern Bruder und Schöne. Hand in Hand gegen den unkinden Welt. Wir waren immer wütend. Wir schauen für unsere eigene Haus-Kandys. Wir schauen für die liebste, die die Schmerzen ausfüllen können. Hunger führt die Menschen in schuldig, schuldig, wo die Bühne reichen sind wie Klaas. Wo bist du? Geht! Follow the trail. Okay. Ja, I'm a Teddy! Despite the constant interruptions to work, Atlantic Island Park will be opened in time. The governor is... ... 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 Das blöde Kind antwortet eh nicht. Ober hier? Ich wüsste, wo er hier ist. Ich war noch nie... Oh. Fuh. Wann die hoch? Hallo? Nein, ich muss auf dem Weg bleiben. Wie Alice im Wunderland. Äh, nee nicht Alice im Wunderland. Äh, Dorothy. Zauber auf den Ost. Immerhin gibt es hier Steine. Okay, hier geht es weiter zum... Oktotron oder wie der heißt in The Secret World. Die gibt es da übrigens auch. Es ist nicht der... Park wie der in The Secret World ist. Äh, naja. Calum, woher bist du? Das alte Ding hat das Blut runter in meinem Kopf gemacht. Das macht mich zufrieden. Okay. Das ist dich zufrieden. Oh, okay. Warum liegt sowas hier einfach rum? Ein Report über einen Mord? Wir können hier mal mitfahren. Können wir mal mitfahren mit diesem... Oh, gibt es noch was? Right Octatron, okay. Oh, Entschuldigung. Increase Speed, Decrease Speed. Müssen wir erstmal hier Geschwindigkeit verringern. Okay. Hat er eben auch was gesehen auf dem... Da hat doch jemand drin gesessen. Okay, jetzt können wir mitfahren, oder? Ich bin gespannt, was dann hier für komische Sachen kommen. Ich mochte diese Kraken-Sachen, weil ich oft kregen müssen, war zu nicht gerne. Ich muss keine Nachfrage Kinquinen spielen. Er ist ein Film rausgeamt. Es weiß ich nicht, oder? Es weiß ich nicht, was dann Ehren schief nicht. Ich hoffe, dass wir einen Herd office spielen wollen, wie die Flucht macht. There ist ein Wort, das w Hacken. Oh Gott. daughter ist nicht aus- incapaz automatisch dass sie mittlerweile arbeiten. hat gepackt BURst. E nutrient Spretern. Der schwarze Mann. Okay. Ziemlich riesiger, schwarzer, bruseliger Mann. Jetzt steht er da. Und regelt die Geschwindigkeit herunter. Damit ich aussteigen kann. Okay. Strange. Was passiert eigentlich, wenn ich hier die Geschwindigkeit wieder schneller mache? Hier schneller Propeller. Schneller Propeller. Noch schneller. Ich hätte ja gerade keiner mit. Ich kann das so schnell machen, wie ich will hier, oder? Jetzt noch schneller. 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 Langweilig. Stopp! Kill'em! So, kann man hier irgendwie durchgucken? Vielleicht kann man hier irgendwie so ein Gefühl eines dieser tollen Liga haben. Das ist ein nerviges Geräusch. Kill'em! Tell'em, wo du bist. Stopp! Kill'em! Und dann kommen wir hier, oder? I'm not playing anymore, Callum. Mommy needs to see you, Callum. Okay, da vorne gibt's irgendwas. So, die du hast, okay. Read the page. Komm. Komm. Hm. Okay, das scheint immer... Oh. Weiter. Die Notizen vom... Come back, Callum. Fuck, please, it's so long, too. Where did you go? Mommy said, quack, 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 quack. Hm? Come to Mommy, Callum. Treachery hides in thoughts. Treachery that lashes like a whip. And scars on our insides. The first time I saw Callum, my thoughts betrayed me. I looked down at this wrinkled, red, bawling thing, and I thought, Is that it? We build our world from expectations, and the world that I had built for Callum was no different. He was so real, so there, and so far from my expectations. And they shattered. And as they fell in pieces, that one treacherous thought became a new foundation. All of the love that we shared, all of the warmth and goodness that followed, built on a single, traitorous thought. So, the next fall, shift here. Come out, sweetie. Constant crashes and 80s music. I guess it floats someone's boat. Okay, we're going to go in, um this well to look at. Anscheinend, durch diese Rufe, kriegen wir hier ein paar Hinweise, wo hier was ist. Äh, hier rein. Callum, komm zurück, jetzt rein. Das hilft eh nix. Der doofe junge Held nicht auf uns. Oh. Oh. So! So, Doctor! So, please! Um... Okay. Mommy needs to see you, Callum. Komm her, du Dreckskind. Ich habe keine Lust, jetzt hier quer über den Autoscooter zu laufen. Aber anscheinend... ...müssen wir das. Komm, wir fahren mal. Ah ne, hier gibt es wieder ein Report. Okay. Mmhm... Und jetzt nehm. Okay, das hält nicht so mit wie dieben. Okay... Das sind also Berichte davon, was hier passiert, wo ist Rilling? Babygeräusche? Where are you? Callum! Where are you, Callum? Callum? Callum! Hm? Hm. 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 Yes, Sheriff. Callum, where did you go? Baby is... Mommy is coming, Callum! Yeah, yeah, he's here. Don't be afraid. Don't be afraid. I'm sure we get your dog, what one was. Hm. It's strange. Schmisch! Was ist das? Wo? Wo? Wann? Jetzt gibt's wieder was zu tun, natürlich. Bei jedem Fangschiff. Wollen wir wieder die Geschwindigkeit verringern, dann würden wir mitfahren. Langsamer. Langsame. 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 Wo kommt man denn hier rein? Hier? Okay. Ey, Werf Mitte fährt mit so nem Fahrgeschäft hier jetzt. Also raus wir jetzt unser Charakter. Und von oben können wir in den Sinne viel besser bleiben. Wenn da nicht die Nebenrücken gehen. Die Leute kommen in dein Leben für einen Grund. Dad used to say that before Mom ran off. After that he mostly just drank. Things were different for Don and I. When we met, I was sweeping the floor at Susie's diner. He came in with some workers, but he didn't try to flirt or cop a feel like the others. He just ordered a coffee and sat there, watching me. When my shift was over, he offered to walk me home. I don't know how to describe that walk. We talked and laughed and eventually kissed. It felt like love. It felt like a fairy tale. I can't tell you if Callum was made that night or one of the ones that followed. But I think it has to be that night. That one perfect night. Don and I moved in together, but then, well, he died. According to the supervisor, his safety harness failed when he was working on the top of the ferris wheel. Don was there one moment, and then gone. Sometimes people leave your life for no reason. I was three months pregnant with Callum. Fairy tale fucking over. There's no dizzying, no disgusting stuff. Ah, there he is again. Hello, it's the black man. Where are you? Callum! Where did you go? Callum! Where did you go? Callum! Where did you go? Geh' an! Bleib' an wo du bist! Wo bist du, Callum? Callum, wo hast du geh'n? Ah, hier hatten wir ja die Sache schon gelesen. In die Richtung weiter? Hm. Ah, okay, dann kaputt. Wo bist du? Jetzt sind wir ja die Richtung. Okay. Callum, wo bist du? A lot of people idolize their children. You hear them talking about their kids and just the way they talk? Their fucking voices make me want to vomit. My angel likes to read. And little Johnny is so good on the piano. Fuck those people! You give up nine months of your life carrying them. You traumatize yourself giving birth to them. And then you spend the rest of your life as their slave. Wiping asses, mopping a piss, feeding them. Little life-sucking monsters who take and take and take until... We all go insane. Any parent who pretends otherwise is just dishonest. That's called choice-supportive bias. I am honest. Callum really grinds my gears. And he owes me everything. Everything! It served the little fuck right if I just abandoned him. Yeah, so langsam wird die Gute ein bisschen merkwürdiger. Stay where you are! Don't read the- Don't do it mommy! Oh? Callum, where did you go? Stay where you are! I always wanted to ride this one. Never got around to do it before. Da-da-da-da-da-da-da. Where are you? Callum! And we're going to ride the roller coaster. What do you want? We need to talk about Callum. What do you mean? What have you done to him? I? That's insulting. You and your boy are everything that this place doesn't want. The antithesis of what we stand for. Where is Callum? The poor child. He tried so hard to do what he was taught. He even left you a trail of breadcrumbs. But the park is just so hungry. Tell me where my son is. The witch hasn't now. Has both of you. No happy ending here, I'm afraid. Just... Just leave me alone. Fool. You always were. Agh. Gah. phi- No. 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 Haben wir irgendeinen Unfall gehabt? Eigentlich in einem Krankenhaus, oder? Das Fantasie... Hmm... Page? Hm... Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal weiter nach unserem... Wenn's wieder heißt, The Park mit Goali. Tschüss! Wieemos zum nächsten Mal. 2 Hestrich, Herr Le weapon! Wie folks auch im Hintergrund auf dem Tragen der Schrecken? Hestrich, Herr Le, der, der Klapp-Pierre und diese Töne auch? Und wie das war? Hestrich, Herr Le, der Klapp-Pierre und die Schrecken gewollt. Und wie auch bei der Klapp-Pierre und die Schrecken! Bis zum nächsten Mal.